Ich hab Papa die Hose vollgekotzt, total rumgebrüllt. Mama. Das ist happy, das ist happy. Den hab ich gestern erst auch mal gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Aber auch genau zwei Wochen, bevor ihr abgehauen seid. Du machst immer alles kaputt. 15 Jahre? Was machst du so? Hast du die letzten Jahre getrieben? Ach komm, ist doch uninteressant. Nee, erzähl doch. Ja, das kann aber dauern. Du, ich muss noch ein paar Besorgungen erledigen. Aber danach. Hast du Lust auf Omi? Ja, Omi. Du klaust noch den Cadillac. Und dann kannst du raus. Wenn du dann allerdings singst. Nein, ich würde doch nie verpfeifen. Alles wie gehabt. Eugen, wir fahren. Geh, aber ich würde doch dann... Nein, ich würde mich... Das ist so. Gut. Ja, ich würde mich... Dann... Ich würde mich... Ich würde mich... Das ist so. Ich würde mich... Dann... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach Gott, nein. Du hast ihn umgebracht. Ich? Du hast ihn umgefahren. Auch nein. Ihr schon.